So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Minecraft. Ja, heute am Montag ist nur noch eine Woche bis Heiligabend und wir sind ja mittlerweile recht weit gekommen hier bei Minecraft. Haben recht viel hier gebaut, gehandwerkelt und getan. Und ja, heute wollen wir ein wenig um die Inneneinrichtung hier kommen. Wir sehen schon, ich habe mal wieder das Winter-Texture-Pack drauf gemacht und endlich mit Shader-Mod. Das wird auch jetzt lange gedauert, aber heute kam eine neue Version raus, die funktioniert jetzt einigermaßen bugfrei. Es gibt manchmal ein paar kleinere Bugs zum Beispiel, dass man durch den Boden gucken kann, aber das sind wir ja auch schon von Optifine gewöhnt, weshalb das noch recht okay ist. Deswegen lasse ich den jetzt heute einfach mal testweise drin. Ich nehme heute auch nicht allzu lange auf. Ich nehme nur ungefähr eine gute Stunde auf, werde mir das Ganze da angucken, wie das Ganze kommt. Und ja, wir müssen halt gucken, dass das alles so ungefähr passt später. Das weiß ich nämlich momentan selbst noch nicht. Ich mache mir die Musik einen kleinen Ticken lauter. Die ist ein bisschen recht leise gerade. Aber ich muss ja sowieso nachher nochmal genauer einzeln anpassen, weil ich momentan dann noch so ein paar kleinere Schwierigkeiten habe mit dem Sound. Wie gesagt, das wird sich hoffentlich dann in einer Woche erledigt haben, wenn denn das neue Mikro dann kommen sollte. Irgendwann, ich weiß nämlich noch nicht genau, wann ich mir das dann bestellen kann, aber wenn das da sein sollte, dann haben wir endlich mal so Messie-Probleme schon mal nicht mehr. Dann geht das ganz einfach später. Aber wie gesagt, erstmal muss das natürlich dafür da sein. Ja, so lange wollen wir uns natürlich heute erstmal um unser Haus kümmern. Und das Erste, was ich vorhatte, war die Inneneinrichtung. Und was wir dafür brauchen, das weiß ich selbst noch nicht ganz, die nehmen wir mal mit auf jeden Fall. Haben wir noch Cobblestone hier. Mensch, ich mache mir den Mist ein eigenes Sprachpack. Kann ich so einen Scheiß sagen, dann steht es ja schließlich da drin. Ja, auf jeden Fall. Was brauchen wir sonst noch? Das Holz nämlich mit. Ach, kommen die nämlich auch mal mit hier. Allein noch Spaß. Ja, dafür haben wir leider nicht genug, äh, ne, da brauchen wir, glaube ich, Diamant für den Schubboxen, den will ich jetzt nicht dafür verschwenden. Pflastersteine, die nehmen wir auf jeden Fall mit, die werden wir auch brauchen. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Eine Workbench wäre vielleicht nicht verkehrt oder eine Kiste, ein bisschen mehr Holz. Aber ansonsten haben wir schon recht viel. Ich nehme es einfach mal das mit, was mir sinnvoll erscheint. Ich weiß, wie gesagt, selbst noch nicht, wie ich das da oben machen will, möchte, kann, wie auch immer. Ja, ich lasse mich da gleich ein wenig selber überraschen. Ich nehme die Blumen hier nochmal mit. Lehm hat mir da auch irgendwo, oder? Ich weiß das gar nicht, das ist echt jetzt zu lange her, wenn ich ehrlich bin. Weil das letzte Mal, das ich aufgenommen habe, ist jetzt mittlerweile eine ganze Woche her. Seitdem habe ich nicht mehr aufgenommen und, äh, habe auch ehrlich gesagt das Ganze ein wenig vergessen. Gestern noch die Aufnahmen rauszuhauen. Die kam ein klitzeklein wenig später. Zumindest die letzte Aufnahme, die kam bis heute Morgen leider. Äh, muss ich in nächster Zeit auch mal mich ein bisschen mehr drum kümmern. Aber da war halt gestern echt nicht mehr die Zeit für. Daher, was mache ich denn jetzt hier? Sollten die gar nicht hin. Der wollte sich eigentlich eine Kiste hinsetzen. So war das. Und hier wollte ich nämlich den, äh, großen Dingsbereich hin machen. Küchenbereich. Aber ich frage mich gerade, ehrlich gesagt, äh, da ist die Werkbank. Okay. Ich wollte nämlich schon, äh, mich gerade wieder für verrückt erklären. Und die Werkbank ist weg und so. Aber, äh, glücklicherweise war sie es ja dann doch nicht. Okay. Jetzt haben wir schon mal eine Werkbank. Was brauchen wir denn als nächstes? Ich dachte hier, hier so an so einer Küchenzeile. Dann wären doch bestimmt so ein paar, äh, Stone Slabs hier nicht verkehrt. Also, äh, Stone Week Slabs. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also, so Leibbuchen im, äh, Falle dieses Techgepacks, dann glaube ich, sind das. Ähm, ich glaube, hatten wir da nicht noch sogar welche von, aber nicht mehr wirklich viele. Irgendwas war da noch verdammt. Das ist ein Steinziegel. Ein Siegel, ne? Ne? Sand, Stein, Pflasterstein, Kies. Alter, was hier alles so drin ist, das, das glaubt man gar nicht so, wirklich, dass hier so viel Mist drin ist mittlerweile wieder. Äh, Kies, Stein und Stein, okay, Sand, für Musterpflasterstein, Sand, Kies. Na, und die Musik, die geht mir grad ein bisschen auf den Nerv, warte ich mal ganz kurz, die passt so gar nicht momentan. Auch nicht wirklich besser. Ne, wartet mal ganz kurz, ich glaub, da ist wieder Spotify im Hintergrund noch offen. Ja, komm, spielen wir heute ausnahmsweise mal, äh, die nächsten paar Minuten ohne Musik heute. Ansonsten krieg ich nachher wieder Probleme mit, ähm, ihr wisst schon, gewissen GEMA-Verein. Ja, die sind da ja immer so ein bisschen so Steinstufen. Ne, ich brauch ja erstmal Steinziegel, ich, voll Idiot. So Steinziegel und aus denen beinahe 64 machen wir jetzt erstmal so ein paar hiervon. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier irgendwie annähernd abschätzen können. Ich weiß nämlich nicht, wie groß das hier alles werden wird. Da, da, da. Da, 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 da. Kann man das so anbieten vielleicht? Komm, wir lassen das jetzt erstmal so und probieren das mal aus. Wir haben hier noch ein bisschen Zeit zum Rumexperimentieren. Nicht allzu viel, weil ich ja morgen bestenfalls schon eliminieren wollte. Ich glaub, das wird aber nichts, äh, wird erst Mitte der Woche was. Aber, na, ist jetzt auch nicht so tragisch. Mal ein bisschen Zeit haben wir ja bis dahin immer noch. So, dann hätten wir das nämlich hier. Und dann würde ich da gerne noch eine Werkbank hinsetzen. Wall, eine Werkbank, so wie die, die ist. Ne, da soll eine Werkbank hin. Und zwar eigentlich im Grunde nur deswegen, wegen der Symmetrie halt, damit das hier alles annähernd passt. So, und jetzt bräuchte ich vielleicht ein paar Öfen. Da haben wir ja unten die vier Stück, die holen wir uns jetzt mal eben hier rauf. Dann hätten wir die nämlich auch schon mal hier. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier halt noch so hinsetzen. Ich glaub, die Schafe, können wir die gleich wieder nachzüchten? Wo sind die? Da. Ja, können wir tun. Okay, dann haben wir dann nämlich wieder neue Schafe. Dann können wir uns da gleich nämlich mal Wolle holen. Und können dann endlich mal anfangen, hier richtig loszulegen mit der ganzen Inneneinrichtung und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so in weiß gefällt mir natürlich unsere Winterwunderlandschaft hier auch so ein bisschen. Wobei ich sagen muss, ich finde, mal wieder, man kann an den Shaders liegen hier, das hier drin wieder etwas dunkel, aber da kann man natürlich was dran ändern. Ich überlege gerade, wie mache ich das jetzt hier? Mache ich es einfach mal so, so und so. Ich glaube, kann man so anbieten, oder? Was meint er? Sieht doch eigentlich noch recht vernünftig aus. Oder ich hätte natürlich da auch einen Kühlschrank hinsetzen können und da. Den wollte ich jetzt da außen gleich hinsetzen. Dann könnte man hier, das sind drei, da mache ich dann irgendwas anderes hin. Davon haben wir leider jetzt drei zu wenig, sonst würde ich die da hinsetzen. Haben wir da nicht noch irgendwas Verziertes an Steinen? Komm, wir setzen jetzt erstmal Steinziegel rein. Ich weiß, das wird später vermutlich extrem schäbig aussehen, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil ich gerade, einfach weil wir es können, ne? So, und dann machen wir die Spender, die hauen wir dann einfach mal hier oben drauf. So, die brauchen natürlich dann gleich noch die Bilder. Aber die werden wir uns sicherlich auch noch irgendwie organisieren können, schätze ich mal. Jetzt können wir natürlich unsere Blumen gar nicht mehr so schön da draußen sehen. Das ist ein wenig schade, aber, ja, das, ja, müssen wir jetzt halt so hinnehmen. So, können wir aber später ja immer noch äneinander. Da ist ja nicht so der Akt, dass ja nur einmal kurz, die ja vielleicht ein bisschen hochsitzen oder das da untersetzen ist, ja. Nicht allzu tragisch, so, aber jetzt brauchen wir erst mal einen Knopf. Einen Knopf. Und ich weiß gar nicht, weil er aus normalen Schussstunden. Das ist ein Knopf. Okay, brauchen wir zwei Stück von allerdings. Heißt, man eben zwei Steine dafür opfern, aber, naja. Äh, nee, ich wollte den eigentlich an die Wand setzen. Ach komm, setzen wir den Wendern schon vorne vor. So, da ein und da ein. Und ich hoffe, wir kriegen gleich trotzdem noch die Bilder darüber. Und dann können wir gleich vielleicht mal ein paar Kekse reinpacken oder irgendwie sowas. Ich glaube, da hätten wir dann noch ein paar von. Dann, äh, sollte das doch so annähernd hier irgendwie passend, würde ich mal sagen. So, hier können wir dann auch noch die Kohle reinhauen. Und hier die Kohle. So, machen, packen wir die erstmal so lange hier rein. Auch wenn da nachher noch andere Sachen reinkommen werden, hoffentlich. Und ich bin gerade schon gedanklich wieder dabei, wie man jetzt Bilder nochmal macht. Das habe ich nämlich schon wieder ganz, äh, vergessen. Irgendwie. Bilder, wie waren die noch bloß? Hm, naja, weiß ich gerade nicht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal ganz kurz zurück zu unserem alten Haus. Ich werde da nochmal ein paar Sachen mitnehmen. Weil ich das ja auch noch umbauen wollte, bevor diese Staffel zu Ende ist. Vielleicht machen wir es auch in der allerletzten Folge irgendwie so als Überlängenfolge in der ganzen Stunde oder sowas einmal. Dass wir uns da nochmal einmal neu einrichten oder irgendwie sowas mal gucken. Oder doch vielleicht später nochmal als Zusatzfolge. Oder in Folge 300 halt, weil die kommt ja nicht am Heiligabend, sondern die kommt ja später. Die wird dann auch, äh, etwas gewiss länger werden, vermutlich als, äh, eine normale Folge. Aber da kann ich dann auch nicht so viel momentan für, ähm, wir werden halt sehen, was da kommt. Ich weiß es momentan noch nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, äh, wie das alles nachher so zusammenpasst. Wenn ich denn da vielleicht das neue Mikro bis dahin schon habe, das wäre nämlich wirklich was. Dann könnte man damit natürlich schon mal ein bisschen weiterarbeiten, da ein bisschen was draus machen. Aber das weiß ich halt momentan alles noch nicht. Und das müssen wir dann halt mal schauen, wenn es denn, äh, soweit dann ist später. Ja. Aber bis dahin werden wir uns jetzt erstmal mit dem begnügen, was wir hier haben. Und das ist ja auch schon zumindest ein bisschen was, ne? Das ist ja nichts wirklich Großes, aber wenigstens so klein und gemütlich hier. Was ist das denn? Sandstein? Ah, Sandstein. Okay, Diamanten. Na, die, das ist ja erstmal noch.